resident evil 6 jetzt ist der dezember eigentlich abend republik osteuropa fröhliche weihnachten master da gibt er die ruft ihr auch ein bisschen verfrüht aber fast ja aber auch auf der uns mission alleine alle herhören die aufgabe der bsaa ist es den bioterrorismus zu beenden das können wir nur schaffen wenn wir zusammenhalten niemand ist entbehrlich ganz genau und auch wenn alle hier bereit sind für unsere sache zu sterben ist es meine aufgabe dafür zu sorgen dass das nicht passiert was ich zusammenfinden sorry sir niemand wird zurückgelassen nicht bei mir verstanden statusbericht die gerilla setzt eine neue bw spezies ein die führung nennt sie sie sind ich habe da ist eine rückblende und haben die eigenschaft als die renner sind ziemlich körperlichen schaden zu mutieren weil es war ja so eine leiche gesehen sich gedacht der menschen jungen wird zurücklassen nicht bei mir denn ich bin ich weiß du hast angst finden aber deine kameraden decken dir den rücken ja ich werde mein bestes geben ok immer so inspirierend ja ist ja bin ich ich bin bruce redfield jetzt auch nicht schlägt es über mich die schwerkraft hat wieder mal ausgesetzt dass mein größer eisraum hat es irgendetwas damit zu tun mit mit anderen sachen ab ja 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 es war hei leute willkommen zurück zu residen 6 ja mein name ist an die rollte und ich und ich bin bettbar im august und jetzt sind wir hier mit aus europa und hier gebe ich gebe ich wieder mal meine faust seine fresse eine hervorragende kombination nachkampf angeblich gerade gemacht ich habe den einigen den anderen reingeslammt ich habe in dem kopf geschossen und er hat doch schön gewünscht nachgeladen so an diese level konnte ich mich noch so ich kann ich konnte mich so erinnern es gibt so eine extrem action lastige level ich liege am boden ja genau das erste mal was man immer tun muss erst mal in die steuerung wieder reinkommen weil ich muss nicht gehen weil ich glaube da hinten das steht zu einem geschützt die ganze seite ich versuche den erledigen ich versuche dann auch irgendwie zu erledigen ich habe kein moment du hast es einfach ja ich versuche ich versuche schon aber so wackelig das ding ich hatte nicht ich hatte nicht ich glaube wir müssen näher ran irgendwie das gibt es nicht als stellkollege ja ich habe ihn davon schon gleich neue ja wie viele kommen denn da noch was zum das ist du bist du bist überhaupt ich bin etwas weiter vor ein vollgeben also wenn man die abgabe das spottet gerade so ein bisschen findest du dich ja auch ins gesicht in die frisse ins gesicht ich deine kugel in sein gesicht eine hervorragende kombination ich bin dagegen gelaufen von einfach vom boden zu stehen kombinieren mit dem grünen so jetzt habe ich da habe ich mal vielleicht in ruhe kombinieren ich bin das äußerst unhöflich sir grünes kraut perfekt ich möchte mal passieren die angreifen da sind die bessere animation meine fresse in den rücken und jetzt mein fuß in dein gesicht das ding gesehen haben wir mal hier so ein bisschen ruhe zeit kombinieren was solltest du sagen ruhe zeit kommen wir mal gucken alle löchen so meine faust in der gesicht durch die tür sie nehmen also die tür ja ok machen so machen sie wie wie sie meinen ich glaube ich bin chris redfield und ich muss halt immer auf eine coole art und weise hier reingehen ja 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 steppe chef ist da ja ich weiß was jetzt kommt hallöchen wer sind sie denn sie sind das essen und wir sind die jäger ist es so ist es so eine art gigante auch frisch bestellt ich glaube es ist wirklich der gigante ich glaube es ist wirklich der gigante ich glaube es ist wirklich der gigante fans du hast ja 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 noch noch ein bisschen mehr nur ja nein da war doch eine woche glaube ich habe ich habe so ein wachzeichen mit der tür gesehen verdammt als sie wirklich ist das gefahrte ok das hat nicht gefallen wir sind einfach dadurch ja 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 hier auch hier kann man hoch ich habe schon gedacht so in den seiner füße rum zu laufen ist vielleicht nicht so gut ich fand es lustig er ist mir aufs gesicht so kommt in schritt in den schritt in den schritt ich würde es immer wieder tun weg und jetzt durch die beile durch durch die beile durch die da kann jemand ein paar lassen in ein alter dingelein hier kann man hoch mann hoch das war so darüber zu kommen irgendwie wenn auch bei anderen seite ja ich halte mich keine sorge ich habe noch den tags ich habe dieses haus zuerst reserviert gerade okay der hat gemacht und ich habe doch schon sturmgewehr position mit einer reihe ich glaube ich mir wir haben den europäischen moment aber ich werde ihn immer anerkennen ich bin gerade auf ihn drauf hätten eine bw steht uns im weg hat man das mal ein bisschen zurückgehen ich habe sie sagen wohl darum ist so groß wie man da ist eine waffe ja wenn wir legen können wenn wir nicht im fußball leistet dass ich das wäre wenn jetzt verpasst habe ich glaube aber nicht da dass wir dann doch hinkommen ich glaube er hat dort die brücke kaputt gemacht nicht so da ob ich dort jetzt kenne ich auf der anderen seite einer waffe hast du es gerochen mit deinem riesigen griechorgan und ich gestorben schrotflinte let's go also noch kisten ja und da ist das geschützt gewesen ok let's go da haben wir ja alles geplündert ich war noch nicht auf hier glaube ich glaube hier oben könnte doch was was sein von ein paar gegnern die platt gemacht habe ich war ja noch nicht nein ich war ja auch noch nicht nach kontrollpunkt kontrollpunkt mhm mhm oh hallo chef ist da schießen das seite von unseren haben wir gerade gleichzeitig die kiste zu treten ja überhaupt von hier immerhin ich spreche mit dem panzer wagen machen meine munition ist auch deziviert wurden man muss ein reingefahren dann ja warum bist du da reingefahren dann kannst du nicht fahren oder was aber vor allem gesicht gestatten damit in den rücken ich wollte gerade sagen das schießt irgendjemand das bleib auf mich schießen ja ruhig wir hätten ja auch eine wunderbare kombination jetzt mein fuß naja ich komme nach oben es hat mir keine schale gemacht war es der kraft war es der granate ja jetzt das ist die beste kombination überhaupt unsere füße in deren gesicht heute noch irgendwas ich sehe nichts mehr ich gehe mal hier hoch da kann man rüber sprengen oh mein gott du kannst schon rüber sprengen ein springer rüber aber hier ist nichts ist auch nix okay gehen wir weiter für amerika weil es ist richtig dass ich jetzt gerade wirklich keinen platz mehr habe ich habe keinen platz mehr bei mir da ich mich noch mal ein paar blendgranaten hier benutzt ich habe sieben stücke ich habe neun davon ich habe sechs hat granaten wenn wir hier her wo muss diesen zahlen beseitigen wenn der weiße bringe ich sprengladung an was ich habe ne blendgranate daraufhin geht jetzt schon kaputt ja gut allein wenig längst tot was hat für eine springladung der kollege hat hat einfach kaputt hauen können ja ich habe gesehen hat er mit felsbrocken macht ich spreng den wagen aus dem weg was zum pick so seid ihr halt aufzuschießen hier ist eine blanche ich wusste mal meine hand kann aus die ehrlich sehe ich gar nicht ich auch nicht darum ist einer das andere mit raketen kisten es war ein bleibchen was im leben ja wo es im leben oh mein gott da ist er bleibe ich sehe im leben gerade kann ich nicht nach dem leben der ich musste die wir beschützen ja aber jetzt schon gut er schafft das schon so ich glaube der grad hat es wird zeit für granate aber warum sind wir also weil ich da gerade geworfen habe also die fußballspieler werden so viel wie ich die gegner ich wollte dich gerade loben kommt hier zurück ich sehe gerade wie viele leute darum sind raketen abzuschieben hier eine granate ja hier den platz dass er mit raketen einfach noch immer fällig der bahr macht ihr fertig ein 2 mit raketen ich komme nicht drauf klar was hier gerade passiert 1 nein nicht 21 hier nochmal zwei habe ich zwei eingesetzt aber danke jetzt war es geht einfach weg das war noch ein paar kisten die paar kisten können wir auch verzichten ich weiß den drang sie zu zerstören war da ich bin kurz vom abnippelt aber egal durch den klack sache ich habe gar keine aber ich habe erste spray das rad was ist auf der anderen seite bravo abholen und vorringen martina ist auf der brücke der weg ist blockiert ok leute den verwundeten zu bergen hat priorität was zum hätten sie den bsa hätten hätten tut der ist auf der brücke bei allem respekt ich habe zehn blind granaten dann blend den panzer hier fand ich glaube er wurde geblendet nein muss ich darüber geschickt werden ich glaube schon ja drüber sprung ich habe noch so viel schafft hätten da gehe ich da drin ja ich habe ja ich habe einen kollegen was passiert ich habe einfach nur wie du an so eine brücke da war auf felsen 1 wasser wenn ich mich hier mit so einem typen klopfte da ist man weiß ich müsste ja das gesicht endgültig ehrlich kollege dies machen ich sehe nichts so dunkel ein alter t42 panzer bewegt sich auf ihrer position das stecken sie den panzer wie soll ich das machen die fressen nämlich gekommen haben wir haben sie irgendwelche vorschläge nicht ich glaube noch gerade durch den dunklen tun ich habe es echt sehr satt immer wieder hinzufallen mein kleidung wird ganz dreckig der mann ich muss irgendwie rücken decken oder irgendwie soll ja ich weiß ich weiß nicht wie ich sehe den panzer der habe ich da vorne gezogen der sack kämpfe hat man halt immer still das wollte ich versucht hat geschützt jetzt zu erleben das ding mal stelle ich bin da weg ja der ist weg jetzt weg ja keine geschützt ich brauche eine größere waffe wenn sie den panzer wegkriegen kann ich mich um den track versuchte zu helfen aber ein scharfschutzgefäß so wackelig moment ich muss bei der hilfe wo kommst du denn er hat löchel da ja meine faust in dein gesicht werden sie noch ein paar ja hinter dem panzer ist ein treibstoff tank wo ich sehe nix ich habe keine ahnung was du da redest aber ich verprügel ich jetzt einfach mal wo ist ein treibstoff tank sehe nix der typ der hat mich jemand wieder gegriffen helfen wird selber mit einem langen lulatsch arm sagen wir nicht die büschung wieder durch den tunnel ich glaube du musst wieder durch den tunnel er zerstört sich den potzer ich mache ihn den weg aber jetzt nur zu einer geschützt ist kaputt das erste da ist noch eins eine sekunde geschützt ist weg sehr gut nach seiner jetzt auch weg er frisst kanade ihr schweine da kommt einer mit langen arm warte moment mal wenn ich wenn ich so darüber nachdenke ja ich hoffe ich hoffe wirklich dass es so so der fall ist dass sie blind gerade doch und das perfekte mittel das ist nicht so wie wenn sie den panzer dann wegkriegen kann ich mich um den truck kümmern ach du musst den panzer ein bisschen anlocken damit in den laster reinten erwischen kann irgendwie war es sind keine normalen gegner gerade kein so jetzt du musst du musst du mir aufschließen okay ich komme ich komme bleib am leben ich wollte den rahmen habe ich vorher abgeschossen so waren dann kommt was war schon ab aber ich habe den hat genick gebrochen weil warum denn nicht kompetent hat genick ich meine ich ja unter ich bin jetzt auf der brücke irgendwo ich bin auf mich zu und ich war ja nur falls alle hin ich bin auf dem weg die sind über mir die schießen von oben auf mich die feigen ratten war die rohe ist irgendwo jetzt irgendwo sniper der auf mich zielt ja ich bin ich bin der etage über dir ja ich habe sich kontakt zu dir ich komme lassen sie die leiter runter wieso du in die leiter unterlassen bei mir wollte ich gerade sagen euer oben ist eine da ist ein ich kann hier hoch gehen ich will auf die obere ebene der brücke wir treffen uns oben ja du bist dann für mich hier leiter runter lassen nimm das kiste und du auch kiste sehr gut sehr gut danke vorwärts danke ich übernehme so hab ich dich getroffen ja es tut mir leid es tut mir leid hey was geht wir sind wieder ein team let's go na nero rp und mittel barrio master find yeah donuts oh mann und mann zu kisten irgendwo aber liegt da noch zeugs wo nach fähigkeitspunkt fähigkeitspunkt ok so so schön ruhig gerade ja hier ist hier ist wirst du mir helfen was tust du da was tust du da das waren wir nicht ich brauche dich hier er kann nicht laufen wo er hat mich weiter dann bringen dann jemanden rollstuhl wird zurückgelassen jemand wird zurück und wenn du ihn tragen muss bewegt ja ja sind unterwegs während sie die feine ab sichern bis hin zurück verstanden wie betrifft wie soll wir das machen ja mit der kamera alles in ordnung hat 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 auch hier frisst land gerade und eine paus in sicht wenn wir benutzen war die raketen war das überhaupt lang nicht ins gesicht darauf auch jetzt nicht mehr ausgezeichnet ja darunter müssen wir dagegen unsere position durch ich bin unten an der leiter serve ich bin gleich da ja jetzt unsere aber darum wieder welche aber da kommt ich habe den verschlossen ich habe so viele coolen in der verstärkung den weg abschneiden die brücke ja ja hinterher die große bleiben sie steht bleiben sie steht für amerika plant oder ja genau blenden granate gerade so viel ganz gut weil ich meine pausse in der gesicht der schlägt mit seiner waffe umsicherung weil er geblendet ist haben wir es ich hoffe es ist ungefallen hallo bis doch ich muss du erst mal den typen praktisch platt machen in deckung in deckung entdeckung 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 geht entdeckung gehen entdeckung gehen da kommt ein eisenwagengeschütz lassen sie es so nah wie möglich ankommen bevor sie zünden jetzt kommt es auch nicht an verstanden aber ich darf nicht am boden ja ich habe gerade tot am boden das ist in ordnung aber ich glaube ich bin wieder auf schon mehr geht es besser gleich so einfach so am boden ja da okay Okay.